Anhaltende negative Entwicklungen in ökonomischer und gesellschaftlicher Hinsicht verändern Stadtbilder. Arbeitslosigkeit und Kriminalität drücken vielfach eine soziale Schieflage in benachteiligten Stadtteilen aus. Ökologisch orientierte soziale Arbeit legt daher das Augenmark nicht auf das Individuum selbst, sondern auf das gesamte System. Der Begriff der Ökologie, wie wir ihn im Alltag gebrauchen, ist hier zu kurz gefasst. Im wissenschaftlichen Sinne bezeichnet Ökologie die Lehre von den wechselseitigen Beziehungen zwischen Organismen und Umwelten. Aus sozial-ökologischer Perspektive entstehen Probleme als Folge einer fehlgelaufenen Beziehung zwischen Person und Umwelt. Ziele sozialpädagogischer Unterstützung sind es daher, die Anpassungsfähigkeit der Person zu stützen und die Umweltbedingungen zu verbessern. Die Handlungsfelder ökosozialer Arbeit beschränken sich dabei nicht nur auf die städtebaulichen Schwächen, sondern es werden auch Maßnahmen und Strategien insbesondere zur Verbesserung der Bildung, zur Beschäftigungsförderung oder zum Zusammenleben unterschiedlicher sozialer und ethnischer Gruppen unternommen. Ein ökologisch orientiertes Modell der sozialen Arbeit ist das Life Model, das in den 1980er Jahren von Germain und Gitterman in den USA entwickelt wurde. Inhalte dieses Modells sind der Lebensvollzug und alle mit ihm verknüpften Faktoren. Das Life Model umschreibt die Einbettung und Entwicklung des sozialen Individuums in seine natürliche, ökonomische, soziale und kulturelle Umwelt. Das Life Model betrachtet das Individuum eingebunden in die Gesellschaft über seine gesamte Lebensspanne hinweg. Dabei werden verschiedene Faktoren betrachtet, die mit dem Lebensvollzug des Einzelnen und der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Somit ist das Life Model als Meta-Theorie zu betrachten, die sich mit dem Leben des Einzelnen in Bezug auf die Gesellschaft und der Gesellschaft in Bezug auf den Einzelnen definiert. Die Theorie des Life Model umfasst ein ökologisches Denken. Hierbei geht man davon aus, dass Mensch und Umwelt sich gegenseitig beeinflussen und verändern. Dieser reziproke Vorgang wird von Germain und Gitterman Transaktion genannt. Nehmen wir mal an, in einem Stadtteil gibt es immer wieder Schwierigkeiten zwischen der älteren Bevölkerung, der Polizei und den Jugendlichen aus dem Stadtteil. Die Jugendlichen haben keine Orte, an denen sie sich treffen können und ihren Bedürfnissen nachgehen können. Stattdessen hängen sie in einer Unterführung ab, manche sprayen dort, andere fahren mit dem Skateboard herum. Dieses Verhalten der Jugendlichen stört die Erwachsenen im Viertel, sie beschweren sich über die Unordnung und die Lautstärke und in der Folge rufen sie häufig die Polizei. Hier wird deutlich, dass es Wechselwirkungen zwischen den Jugendlichen und ihrer Umwelt, also den anderen Bewohnern des Viertels gibt. Der Prozess, durch den Übereinstimmung zwischen dem Individuum und den Anforderungen bzw. Möglichkeiten der Umwelt hergestellt wird, wird im Life Model als Anpassung bezeichnet. Diese Anpassung kann auf drei Wegen stattfinden. Und zwar durch Veränderung der Person, Veränderung der Umwelt oder Veränderung der Beziehung zwischen Person und Umwelt. So könnte beispielsweise eine Bürgerversammlung einberufen werden, in der sich die Bewohner des Viertels austauschen und ihre Bedürfnisse äußern. Die Jugendlichen könnten hier anbringen, dass es im gesamten Stadtteil keinen offiziellen Treffpunkt für Jugendliche gibt und sie sich deshalb die Unterführung und den Bereich darum quasi erobert haben. Die Erwachsenen wiederum können auch ihre Bedürfnisse nach Sicherheit und Ordnung vortragen. Gemeinsam kann eine Lösung für das Problem gesucht werden. Beispielsweise könnte nach einem Gelände im Viertel gesucht werden, auf dem ein Skatepark angelegt wird und wo offiziell gesprüht werden darf. Dieses Gelände sollte so gelegen sein, dass es zu keiner Lärmbelästigung bei Anwohnern kommt. Ein weiterer Begriff im Live-Model ist die sogenannte Nische. Jermaine und Gitterman bezeichnen mit Nische das Wirkungsfeld einer Person, das gesellschaftlich zugestandene Handlungsfeld, die Einflussmöglichkeiten, die eine Person hat. In unserem Beispiel werden die Jugendlichen in den Prozess der Planung des Skateparks einbezogen. Denn es bringt ja nichts, wenn irgendein Verwaltungsbeamter im Bauamt einen Skatepark plant, der am Ende den Bedürfnissen der Jugendlichen nicht entspricht. Die Jugendlichen werden in den Bauprozess einbezogen und können ihre Vorstellungen umsetzen. Sie besitzen also eine gute Nische. Eine gute Nische liegt nämlich vor, wenn der Mensch große Handlungs- und Einflussmöglichkeiten hat, um eine Situation zu verändern. Demgegenüber liegt eine schlechte Nische vor, wenn ein Mensch kaum Einflussmöglichkeiten besitzt, um eine Situation zu ändern. Der nächste Begriff aus dem Live-Model ist das Habitat. Damit wird der unmittelbare Lebensraum bezeichnet, der das Erleben und Verhalten eines Menschen beeinflusst. Sozialarbeiter versuchen, Defizite im Habitat ihrer Klienten zu erkennen und zusammen mit den Klienten ein anregendes und unterstützendes Habitat zu gestalten. In unserem Beispiel wird das Habitat ebenso umgestaltet, dass es den Bedürfnissen der Bewohner des Viertels entspricht. Die Jugendlichen bekommen ihren Skatepark. Für die älteren Bewohner könnte ein Seniorentreff eingerichtet werden. Für Familien mit kleinen Kindern könnten Spielplätze errichtet werden. Das Live-Model umfasst noch weitere Begriffe, wie den Lebensstress und das Coping. Dazu erfahren Sie in einer anderen Stunde noch mehr.